Was aktuell ist, tritt eine andere in den Hintergrund. Corona und Impfen. Die Hersteller der Impfstoffe haben hohe Gewinne eingefahren. Allein BioNTech hat im vergangenen Jahr 9,4 Mrd. Euro verdient. Drei Jahre nach der Pandemie haben wir weitgehend unser Leben zurück. Das gilt aber nicht für sie. Menschen, die schwere Impfschäden erlitten haben. Genaue Zahlen, wie viele davon betroffen sind, gibt es noch nicht. Es klagen aber an deutschen Gerichten immer mehr Menschen wegen möglichen Impfschäden und fordern Schadensersatz. Die Hürden für die Kläger sind aber enorm hoch, wie unsere 2 Beispiele zeigen. Oliver Janke ist einer von Hunderten in Deutschland, die den Impfstoffhersteller BioNTech auf Schmerzensgeld verklagen. Kurz nach der 2. Impfung im Sommer 2021 wurde bei ihm eine Autoimmunerkrankung, das sog. Guillain-Barré-Syndrom, diagnostiziert. Der junge Mann verbrachte fast ein 3,25 Jahr in Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen. Im körperlichen Zustand war ich z.B. komplett gelähmt. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht sprechen, ich konnte nicht essen. Ich konnte nur mit den Augen blinzeln. Für seine Ärzte besteht der Verdacht, dass die Impfung mit BioNTech die Autoimmunerkrankung ausgelöst haben könnte. Nach fast einem Jahr hat sich Oliver Janke aus dem Rollstuhl gekämpft, lernt wieder laufen. Dennoch wird er wohl nie wieder in seinem Beruf als Baumaschinenführer arbeiten können. Er hat Pflegegrad 2 und bezieht derzeit eine befristete Erwerbs- und Fähigkeitsrente. Die aber auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und nicht viel Geld ist. Und natürlich, wenn das Schmerzensgeld und der Schadensersatz nicht durchgehen sollte, dann ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Totalschaden. Deswegen hat er bereits im September 2022 beim Landgericht Potsdam seine Klage auf Schadenersatz und Schmerzensgeld eingereicht. Dabei muss er den Hersteller BioNTech verklagen, obwohl das Unternehmen trotz seiner Milliardengewinne mit dem Impfstoff von jeglicher Haftung freigestellt ist. Das sieht dieser Vertrag mit der EU-Kommission von 2020 vor, den rechtlich die Mitgliedsstaaten, also auch die Bundesrepublik Deutschland, geschlossen haben. Hier wurde festgelegt, dass diese im Falle einer Haftung für die Hersteller sämtlicher Anwalts- und Gerichtskosten sowie die eventuell entstehenden Schadenersatzansprüche übernimmt. Das gelte sogar bei grob fahrlässigem Verhalten des Herstellers, so der Anwalt Tobias Ulbrich, der deutschlandweit 750 mutmaßlich Geschädigte vertritt. Letztendlich wollte der Impfhersteller vermeiden, jemals die Gewinne, die erzielt worden sind, wieder heraustun zu müssen. Also wurde etwas hineingeschrieben in den Vertrag, dass auch grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz ausgeschlossen ist und nur bei Absicht selbst der Hersteller haften soll und nichts kompensiert bekommt durch die Bundesrepublik Deutschland. Das ist aus meiner Sicht schon rechtlich nicht möglich. Denn wenn wir das Haftungsrecht nehmen, ist es untersagt, grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz im Rahmen von Haftungsregeln auszuschließen. Während Kläger wie Oliver Janke im Prozess gegen den Hersteller also das volle finanzielle Risiko tragen müssen, hält die Bundesregierung, also letztlich der Steuerzahler, die Hersteller schadlos in Bezug auf alle entstandenen Verbindlichkeiten. Die Verträge waren geheim. Die EU-Kommission zeigte sie zum Teil nur geschwärzt. Durch einen Leak gerieten sie in die Öffentlichkeit. Dass dieser Vertrag mit all seinen Konsequenzen nicht Teil der Impfkampagne war, hält Anwalt Cäsar Preller aus Wiesbaden für einen Skandal. Die Impfstoffhersteller haben klipp und klar in den Verhandlungen gesagt, wir machen es nur, wenn die Staatengemeinschaft und die Mitgliedstaaten eben die Haftung komplett übernehmen, damit sie von jeden jeglichen Risiken befreit sind. Das steckt dahinter, die Angst vor Impfschäden. Und das haben ja nun die Politiker, die letztendlich auch diesen Vertrag geschlossen haben, dann spätestens dort mitbekommen, dass es sich nicht nur um harmlose Impfungen handelt, aber in der Impfkampagne verharmlosend davon gesprochen, dass es einfach nur ein harmloser Pieks ist, hat ein bisschen weh an der Einstichstelle und das war's. Wir wollen von der EU-Kommissarin Ursula von der Leyen wissen, wer von der Bundesregierung die Kommission beauftragt hat, diese Verträge abzuschließen und warum diese geheim gehalten wurden. Sie schweigt dazu. Auch der jetzige Bundesgesundheitsminister beantwortet uns diese Frage nicht. Schriftlich heißt es, Oliver Jahnke muss also mit seinem Geld den Hersteller auf Schadenersatz verklagen. Und falls er gewinnen sollte, zahlt der Steuerzahler seine Ansprüche. Betroffene können aber auch nach dem Infektionsschutzgesetz eine staatliche Rente von den Versorgungsämtern der Bundesländer beantragen. Doch auch dieser Weg kann Jahre dauern, wie der Fall von Saskia Föse aus Niedersachsen zeigt. Wegen der Eindeutigkeit ihres Impfschadens reichte ihr Ehemann schon im September 2021 einen entsprechenden Antrag beim zuständigen Landesversorgungsamt ein. Sie selbst war gesundheitlich gar nicht in der Lage dazu. Knapp ein Jahr später, im Juli 2022, wurde ihr Antrag abgelehnt. Ihre Schädigung sei nicht auf die durchgeführte Impfung zurückzuführen, behauptete das Amt für die Familie unfassbar. Wütend, total wütend, frustriert, alles. Da kommen sämtliche Emotionen hoch, wenn man das mitmacht. Dass hinterher niemand dafür die Verantwortung übernehmen möchte oder helfen möchte, das hat mich ganz schlimm getroffen. Dabei hat sich die Mutter von drei Kindern solidarisch gezeigt, so wie es von ihr verlangt wurde. Um in ihrem Beruf als Traumapädagogin weiter mit den schwer kranken Kindern arbeiten zu können, wurde sie schon relativ früh geimpft. Im März 2021 mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Schon kurz nach der Impfung kommt es bei ihr zu einer Thrombose- und Lungenembolie, laut Klinikbericht wahrscheinlich ausgelöst durch die Impfung. Hinzu kommt eine autoimmunbedingte Enzephalitis, eine Entzündung des Gehirns, die aus der ehemals aktiven Frau einen Pflegefall machte. Für mich persönlich war das mit einer wahnsinnigen Angst verbunden, weil ich nicht gedacht habe, dass ich je wieder nach Hause kommen kann. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, als ich nicht sprechen oder schlucken oder gehen konnte, dass jemand zu Hause meine Pflege übernehmen könnte. Aber mein Mann hat immer gesagt, ich hole dich nach Hause, egal was ist. Noch heute leidet sie unter den Folgen der Hirnschädigung. Immer wieder muss sie sich aufwändigen Blutwäschen unterziehen. Dass selbst schwere Fälle wie der von Saskia Föse zunächst von den zuständigen Versorgungsämtern abgelehnt werden, das hat auch Cäsar Preller bei seinen mehr als 800 Mandanten immer wieder erlebt. Bis auf ganz wenige Ausnahmen werden alle abgelehnt. Und wenn sie zu erkannt werden, die wenigen Fälle sind das Mika-Beträge zwischen 300 und 500 Euro im Monat. Also vollständig ungenügend. Seine Aussage deckt sich mit unseren Recherchen. Insgesamt wurden, Stand März, 6465 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens bei den Versorgungsämtern gestellt. 274 Fälle wurden anerkannt. Mehr als 2000 Fälle abgelehnt. Die meisten Anträge sind nach wie vor in Bearbeitung. Was der Ehemann von Saskia Föse nicht nachvollziehen kann, ist der Grund, dem ihm die Mitarbeiter für die Ablehnung des Antrages genannt haben. Ja, sie haben da Anweisung, erst mal alles abzulehnen. Und dann beim Widerspruch wird erst richtig geprüft. Das sind natürlich telefonische Aussagen. Da kann man jetzt nicht sagen, das ist irgendwie belegt. Aber trotzdem macht einen das schon irgendwie wirklich wütend. Auf Anfrage schreibt das Amt, dass so eine Anweisung in Niedersachsen nicht existieren würde. Christian Föse ist für seine Frau in Widerspruch gegangen. Jetzt im März, also nach 1,5 Jahren, kam nun endlich die Anerkennung des Impfschadens. Mit 298 Euro, die mir eigentlich zustehen vom Land, kann man nicht viel machen. Das ist frustrierend, finde ich. Ich möchte gar nicht Millionenbeträge. Ich möchte, dass ich mit meinen Kindern einfach mal irgendwas ganz Normales machen kann. Karl Lauterbach sprach jetzt in einem ZDF-Interview erstmals zu der schwierigen Situation der Impfgeschädigten. Er hofft nun auch auf die Hersteller. Es wäre auf jeden Fall wertvoll, wenn die Firmen hier eine Beteiligung zeigen würden. Denn die Gewinne sind ja exorbitant gewesen, exorbitante Gewinne. Und somit wäre das tatsächlich mehr als eine gute Geste. Das sind nette, leere Worte des Ministers, das zu fordern, wenn etwas vertraglich bereits anders geregelt ist. Das ist eine Illusion, die er sich dahin gibt, die in der Realität keine Umsetzung finden wird. Biontech schreibt uns, berechtigte Ansprüche würde man erfüllen. Aber im Fall von Oliver Janke sei nicht erwiesen, dass die Impfung seine Krankheit ausgelöst habe. AstraZeneca wollte sich zum Fall von Saskia Föse nicht äußern. Die Impfstoffe hätte man aber zum Selbstkostenpreis, also ohne Gewinn, an die Bundesregierung geliefert. Neben Schadensersatz und finanziellen Hilfen für Betroffene fehlt es nach wie vor auch an Forschungen zu Impfschäden. Und wenn wir beim Thema Folgen sind, dann blickt...